Es freut mich, dass wir unser Studium im Galaterbrief fortsetzen können. Und es geht heute um die Einheit der Evangeliumsverkündiger. Das Evangelium ist nur eines. Es gibt keine zwei Evangelien. Es gibt keine zwei Christusse. Es gibt keine zwei Erlösungswege, weil es ja nur ein Problem gibt. Und dieses eine Problem hat nur eine Lösung. Und das ist das. Aber nun haben wir im Galaterbrief eine Problematik. Und in diesem Galaterbrief kommen Menschen und wollen das Evangelium verbinden mit den alten Zeremonialgesetzen und mit den alten Traditionen des Judentums. Aber das ist im Widerspruch zum Evangelium. Und das zu erkennen, versucht der Paulus jetzt mit seinen Argumenten die Situation zu klären. Und er hat, wenn wir so einen Überblick geben über den Galaterbrief, einige Grundsätze. Er zeigt seine Autorität. Er als Schreiber ist berufen von Gott. Er zeigt seine Autorität in der Botschaft im Evangelium, dass er es erhalten hat von Gottes Sohn auf direkte Weise. Und er zeigt, dass es eine Einheit gibt in der Verkündigung des Evangeliums unter den Aposteln. Weil alle hatten denselben Lehrer, Gottes Sohn, persönlich. Wir lesen hier im zweiten Kapitel im Galaterbrief. Danach über 14 Jahre zog ich aber mal hinauf in Jerusalem mit Barnabas und nahm Titus auch mit mir. Ich zog aber hinauf aus seiner Offenbarung und besprach mich mit ihnen über das Evangelium, das ich predige unter den Heiden. Besonders aber mit denen, die das Ansehen hatten, auf das ich nicht vergeblich liefe oder gelaufen hätte. Aber er ward auch Titus nicht gezwungen, sich beschneiden zu lassen, der mit mir war, ob er wohl ein Grieche war. Denn da etliche falsche Brüder sich mit eingedrungen und neben eingeschlichen waren, zu verkundschaften unsere Freiheit, die wir haben in Christus Jesus, dass sie uns gefangen nehmen. Wichen wir denselbigen nicht eine Stunde, untertan zu sein, auf das die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestünde. Von denen aber, die das Ansehen hatten, welcherlei sie weiland gewesen sind, da liegt mir nichts an, denn Gott achtet das Ansehen der Menschen nicht. Mich haben die, so das Ansehen hatten, nichts anderes gelehrt. Sondern dagegen, dass sie sahen, dass mir vertraut war das Evangelium an die Vorhaut, gleich wie dem Petrus das Evangelium an die Beschneidung. Denn der mit Petrus kräftig ist gewesen zum Apostelamt, unter der Beschneidung, der ist mit mir auch kräftig gewesen unter die Heiden. So, es gibt eine Einheit. Unter den Verkündigungen des Evangeliums. Sie predigen dasselbe. Der einzige Unterschied war, dass der eine sich fokussierte auf die Heiden, die mit der Vorhaut waren, und die anderen es als ihre Pflicht sein, als ihre Berufung waren, unter den eigenen Juden das Evangelium zu verkündigen, unter der Beschneidung. Aber der Inhalt des Evangeliums ist immer derselbe. So, die Botschaft aber des Evangeliums ist nicht einfach zu leben. Paulus muss den Petrus zurechtweisen und die mit ihm begleitenden Juden wegen Heuchelei. Er sagt hier, ab Vers 11, Da aber Petrus genannt Togchen kam, widerstund ich ihm unter Augen, denn es war Klage über ihn kommen. Denn zuvor, ehe etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Da sie aber kamen, entzog er sich und sonderte sich darum, dass er die von der Beschneidung fürchtete. Und heuchelten mit ihm die anderen Juden, also, dass auch Barnabas verführt ward, mit ihnen zu heucheln. Aber da ich sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen öffentlich. So du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch. Warum zwingst du denn die Heiden, jüdisch zu leben? So, der Petrus lebt also einen doppelten Lebensstil. Er als Jude lebt nicht mehr nach dem alten Zeremonialgesetz, aber er tut so als ob. Und damit will er ja die Heiden zwingen, so zu werden wie ein Jude, nämlich beschnitten zu sein und sich an die jüdischen Feste zu halten. So das Evangelium war sicherlich nicht einfach, es zu halten. Gerade wenn man aus einer Gewohnheit kommt und jetzt ist etwas anderes eingetreten, das zu erfüllen, macht Schwierigkeit. Die Botschaft des Evangeliums ist befreiend, aber sie erfordert Achtsamkeit, sie erfordert Umstellung, sie erfordert Kampf. Und das ist nicht einfach. Da ist es auch für einen Petrus, der ein Jünger Jesu ist, nicht immer leicht, sich nicht nach dem Ansehen der Person zu richten. Er will angesehen werden von denen, die aus Jerusalem kommen, vor Jakobus und seiner Delegation. Und deshalb tun sie das, was, wenn die nicht dort wären, nicht tun würden. So das Evangelium führt uns in die Freiheit, aber diese Umstellung ist nicht ein so einfacher Weg. Jesus beschreibt ihn als den schmalen Weg. Viele, sagt er, versuchen hineinzukommen und schaffen es nicht. Und dann, wenn wir weiterlesen werden und weiter den Galaterbrief untersuchen, werden wir sehen, dass es nicht reicht für den Paulus, dass er sagt, dass er von Gott die Autorität hat. Es reicht nicht aus, dass er sagt, dass die Autorität ist der Apostel und der Berufung durch Jesus und das, was er verkündigt von Gott kommt, weil das ist immer noch subjektiv. Es ist immer noch nicht wirklich beweisbringend, dass das so ist. Deshalb endete Paulus nicht hier und sagt, bleibt bei dem alten Evangelium, was ich euch verkündigt habe, sondern er versucht mit Beweisen an ihre Vernunft zu appellieren, die nicht subjektiv sind. Und dafür verwendet er einen Teil, könnte man sagen, das Gesetz, die Tora, die fünf Bücher Mose, aber vor allen Dingen das Naturgesetz, was keiner Subjektivität unterliegt. Und damit baut er ein unveränderbares Fundament oder er baut die Lehren und das Evangelium auf ein unveränderbares Fundament. Weil wenn jetzt jemand kommt vom Himmel, sagt er, und euch verkündigt etwas anderes, wie wir euch verkündigt haben, dann nehmt ihr nicht an. Das heißt, wir brauchen ein Fundament beim Evangelium, das man durch Argumente, durch Offenbarung allein nicht beweisen kann. Oder besser ausgedrückt, wir brauchen ein Evangelium, das man durch eine Offenbarung nicht verändern kann. Egal, ob jetzt Feuer vom Himmel kommt und einer sagt, ich habe jetzt etwas entdeckt und das Ganze ist jetzt andersrum, dann müssen wir wissen, unser Evangelium oder das, was wir glauben, das Fundament, auf dem wir stehen, darf nicht subjektiv, darf nicht aufgrund einer Subjektivität sein, sondern muss absolut objektiv sein. Und es muss so sein, dass meine Interpretation es nicht verändern kann. Und das führt er dann aus, damit er dann endet mit dem Naturgesetz-Satz, denn er sagt, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein Gesetz, das niemand ändern kann. Das ist etwas Absolutes. Das ist nicht eine Frage der Interpretation. Wir haben nämlich heute, wie damals zur Zeit des Paulus, viele unterschiedliche Evangelien. Wenn heute die geistliche Welt sich in etwas uneins ist, dann ist es an der Basis, am Evangelium. Jeder hat sein Evangelium. Wenn wir jetzt unterschiedlicher Meinung wären, sage ich mal nicht an der Wurzel, sondern an irgendeinem Ast, dann könnte man sagen, das ist eine Ergänzung des einen an den anderen. Es kommt aber aus derselben Wurzel. Und sicherlich hat jeder unterschiedliches Verständnis. Jeder hat einen unterschiedlichen Horizont. Aber die Wurzel muss identisch sein. Und das ist das, was der Mensch nicht verstanden hat. Dass die Wurzel unterschiedlich ist. Deshalb haben wir unterschiedliche Evangelien. Und ich könnte jetzt hier Namen nennen, nur aus meiner eigenen Denomination, aus meiner eigenen Kirche, die alle ein unterschiedliches Evangelium predigen. Und es sind nicht wenige. Aber nehmen wir jetzt alle Christen. Jeder predigt ein Evangelium. Jeder hat eine Botschaft. Das Internet ist voll von irgendwelchen Botschaften. Und jeder von ihnen meint, er hat das Evangelium. Und wie gesagt, würden sie an der Wurzel sich nicht widersprechen, dann könnte man sagen, sie sind alle richtig. Aber sie widersprechen sich an der Wurzel. Sie haben kein Fundament. Es gibt kein Fundament bei diesen Predigern des Evangeliums. Weil, obwohl sie alle es auf die Bibel begründen, sie nicht objektiv sind. Jeder hat sein eigenes Evangelium. Jeder begründet es mit der Bibel. Und jeder denkt, er ist richtig. Jeder. Wieso? Wo ist die Ursache dieses Durcheinanders? Es ist ganz einfach. Ich habe es hier genommen wie eine Wolke. Eine Wolke ist etwas, was verfliegt. Es ist nicht etwas, was bleibt. Jetzt ist sie da und dann verschwindet sie. Das ist ein subjektives Fundament. Alles ist interpretierbar von jedem, wie er will und kann. Schaut, dieses Wort ist zwar das Wort Gottes. Aber da es in Worten beschrieben ist, da die Information in Worte, wie soll ich sagen, bekleidet werden muss. Worte sind interpretierbar. Deshalb wird man aufgrund der Bibel nie eine Einigkeit erreichen. Weil die Bibel als Wort ein subjektives Fundament ist, weil sie ist interpretationsnotwendig und jeder kann sie mit seinem Geist interpretieren, wie gerade er denkt, wie gerade er denkt, es in seinem Verständnis ist, nach seiner Kapazität und nach seinem Wollen. So, die Not des Gläubigen, die Not dessen, der etwas glaubt, ist, dass er sich irgendwo in der Luft, in einer Wolke befindet, die heute sein kann und im nächsten Augenblick nicht mehr. Hat Gott sich so das ausgedacht, als er die Bibel schreiben ließ, dass wir in einem Durcheinander sind? Und ich habe es ja erwähnt letztes Mal, hat sich der Paulus es so ausgedacht, als er den Galaterbrief, um das Durcheinander zu klären, das heute anhand seines Briefes, die Interpreten dieses Briefes, die Dolmetscher, die Ausleger so durcheinander sind, wie sie nur durcheinander sein können. Das Durcheinander kommt, weil man nicht, so wie Paulus, ein festes Fundament hat, das nicht der Subjektivität unterliegt. So, lasst uns schauen, was haben Pastoren, Geistliche und Ärzte gemeinsam? Und das interessiert mich, weil es meine beiden Berufe so sind, Pastor oder Geistlicher zu sein und Arzt. Im Prinzip gibt es ja keinen Unterschied, sie sollten beide geistlich sein und Ärzte sein. Was würde sie denn vereinen? Weil so viele Pastoren, so viele Meinungen, so viele Ärzte, so viele Meinungen. Man kennt nicht die Ursache der Krankheit, man kennt nicht, warum das Evangelium kraftlos ist. Das Evangelium, das heute die Menschheit oder an die Menschen herankommt, ist für einen denkenden Menschen nichts, was ihn anzieht, weil es löst ja sein Problem nicht. Es ändert nichts im Leben und wenn das Evangelium im Leben eines Menschen nichts ändert und wenn die Medizin im Leben eines Menschen nicht die Heilung erwirkt, sondern nur eine Symptombekämpfung rein auf etwas zurückzudrücken, dann sind wir in einer schwierigen Welt. Das Evangelium, das heute gepredigt wird, heilt den Menschen nicht innerlich. Es macht ihn nicht zu einem besseren Menschen. Es verändert nicht seinen angeborenen Charakter. Es holt ihn nicht heraus, wie der Paulus hier schreibt, von dieser gegenwärtigen argen Welt, sondern es lässt ihn in der Welt sein. Und das Evangelium oder die Botschaft des Heils der Ärzte führt nicht zur Heilung der Menschen. Die Menschen werden immer kränker, immer kränker, immer kränker. Die Krankheiten explodieren, obwohl wir denken, wir haben doch jetzt die Weisheit begriffen. Und wir haben doch jetzt verstanden, wir haben die Technik. Dennoch erlebe ich es jeden Tag, dass die Krankheit zunimmt, dass immer mehr Kinder krank werden, immer mehr junge Menschen sind krank. Die Menschen sterben viel früher als je zuvor an den Krankheiten, ob es jetzt die Depression ist durch Selbstmord oder durch den Krebs oder die Herzinfarkte. Die Menschen sterben schnell dahin, obwohl man meint, man ist in der bestentwickelten Medizin. Ist das nicht eine furchtbare Sache? Der Geistliche ist hilflos, einem Menschen es beizubringen, wie er von seinem Zorn wegkommt, wie er nicht mehr nach dem Fleische lebt, wie er nicht mehr nach dem Ehebruch lebt, wie er frei ist von den Lüsten des Fleisches, wie der Paulus es hier in Galatera erklärt. Nein, sie bleiben gefangen. Sie haben einen illusionären Glauben. Sie denken etwas, sie glauben etwas, sie sind Teil eines Clubs, aber letztendlich machtlos, hilflos. Wenn die Umstände sich ändern, sind sie so hilflos wie jeder Atheist, so hilflos wie jeder Agnostiker oder Humanist. Es ist völlig egal. Das Evangelium bringt heute keine Alternative zum Leben, weil es keine hat. Weil wäre sie dort, dann würde sie angenommen. So wie zur Zeit Jesus, als Jesus den Sadduzeern sagte, ihr kennt nicht die Schrift, noch die Kraft Gottes. Die Ärzte kennen nicht den Menschen, noch wo seine Not liegt, noch wieso er gesund werden kann. Sie können nur die Krankheit irgendwie begrenzen, die Tumoren herausschneiden, Medikamente geben, um etwas zu stabilisieren. Aber den Grund nehmen sie doch nie weg. Und damit ist die Menschheit natürlich nichts anderes, als verdammt zugrunde zu gehen, trotz der bestausgebildeten Pastoren und Geistlichen und Ärzte. Die Frage ist, warum ist dieser Zustand so? Die Antwort ist ganz einfach. Sie haben alle ein subjektives Fundament. Es gibt kein objektives, durch menschliches Denken veränderbares Fundament. Alles ist interpretierbar. Wir leben heute in dieser Zeit, wo wir denken, alles ist relativ. Und wenn man nur Relativismus hat, dann ist es klar. Dann hat man keine klare Botschaft, dann hat man kein Fundament. Dann ist das interpretierbar durch mein menschliches Denken. Aber es gibt Dinge, die sind nicht interpretierbar. Schauen wir uns das mal an. Was müsste geschehen, dass Patoren, Geistliche und Ärzte einig wären, dass endlich in der Welt eine Hilfe für den Menschen da ist? Sie müssten ihr Studium auf ein objektives, durch menschliches Denken unveränderbares Fundament haben. Sie müssten ihre Argumente bauen auf etwas, was weder sie noch der Zuhörer ändern kann. Ein Fundament, das niemand, niemand bewegen kann. Ganz egal, wer sich anstrengt mit seinem Geist, es zu interpretieren. Das ist die einzige Lösung, die wir haben. Und hier ist es. Es ist das Metermaß oder die Zentimeter oder die Inches, wer auch immer wir sie nennen wollen. Wer von einem Pastor oder einem Geistlichen oder einem Arzt würde sich messen mit dem Metermaß? Wer würde sagen, ich stehe drüber? Das Metermaß hat Unrecht. Meine Meinung ist richtig. Würden wir das irgendwo finden? Ja, vielleicht bei denen, die den Verstand verloren haben. Aber bei denen, die noch normal denken. Wir würden dahin kommen, dass alle eine Meinung sind. Weil dieses Teil kann nicht mehr haben, wie das Metermaß anzeigt und nicht weniger. Und jeder wird sich darunter beugen. Weil keiner wird sich anlegen mit dem Metermaß. Keiner wird denken, er kann es besser wie das Metermaß. Weil das Metermaß ist fest und nicht interpretierbar durch irgendeine Idee. Und genau das ist das, was wir brauchen im Evangelium. Was ist das absolute Fundament? Das, was nicht veränderbar ist. Und sicherlich ist das nur einer. Das ist Gott. Der Geist. Er und sein Wort. Die sind das absolute Fundament. Er ist die Ursache aller Wirkungen, die wir sehen. Aber wie sollen wir auf ihn bauen? Wir kennen ihn doch nicht. Ich weiß doch nicht, wie er ist. Ich kann ihn doch nicht sehen. Wie soll ich auf Gott bauen? Wie soll ich auf das feste, nicht wandelbare Fundament bauen, wenn ich es nicht sehen kann und nicht begreifen kann? Ja, wenn ich ihn nicht sehen kann, ist klar. Aber kann ich ihn denn begreifen oder nicht? Ich muss doch nur um mich herum schauen. Worin würde ich das absolute Fundament finden? Und wir finden es in der Schöpfung. Die Schöpfung hat zwei Dinge, die unveränderbar sind. Durch jede Ratio des Menschen, durch jede seiner Denkvermögen. Und das ist das Grundgesetz der Natur. Und ich mache deshalb Grundgesetz, weil Naturgesetze sind mehrere. Und nicht alle Naturgesetze sind ein Grundgesetz. Viele, die meisten Naturgesetze sind nur abhängig von Umständen. Deshalb denkt der Mensch, sie sind relativ. Aber es gibt ein Grundgesetz der Natur, das keiner Relativität, das keiner, keinem Umstand entflieht oder in jedem Umstand aktiv ist. Nie umstandsabhängig. Dieses Grundgesetz der Natur ist ein absolutes Fundament, das niemand durch sein Denken, durch seine Interpretation verändern kann. Es ist fest, ohne Wenn und Aber. Und was in der Schöpfung noch fest ist, ist, wie etwas funktioniert. Die Funktion, die gesteuert ist vom Grundgesetz, ist genauso absolut wie das Grundgesetz. Und in der Funktion ist alles aufgebaut entsprechend einem Aufbau, der Struktur eines Geschöpfes. Das heißt, der Aufbau ist immer identisch. Nehmen wir nur den Menschen. Der Mensch hat dieselben Organe. Sie mögen unterschiedliche Formen haben. Groß oder klein, weiß oder schwarz oder wie auch immer die Farbe. Aber in ihrer Funktion sind sie gleich. Die Leber funktioniert nach demselben Grundsatz in jedem Menschen, egal welcher er ist. Das Herz funktioniert in jedem Menschen identisch. Aber wir haben auch eine Fehlfunktion, was wiederum beweist, dass die Funktion absolut ist. Die Krankheit ist ein Beweis der Absolutheit der Funktion, weil die Dysfunktion zeigt, dass die Funktion nicht veränderbar ist, außer man bricht es. Wir hätten nie eine Dysfunktion, wenn die Funktion nicht absolut ist. Die Funktion ist absolut. Der Aufbau ist absolut. Wie ein Auge zu funktionieren hat, ist absolut. Wir können nicht die Hornhaut auswechseln mit der Netzhaut. Geht nicht. Es muss seine Ordnung haben. Alles muss so sein, wie es strukturell aufgebaut ist. Das kann niemand ändern, ohne dass es Fehlfunktion oder Tod gibt. Die Krankheit ist heute der beste Beweis der Absolutheit des Gesetzes der Natur und der Absolutheit der Funktion und des Aufbaus des Menschen. Aber auch allendessen in der Natur, auch dieser Schmetterling hat eine absolute Natur. Seine Struktur ist unveränderbar. Seine Funktion kann nur verändert werden in eine Dysfunktion, in eine Fehlfunktion. Weil das Gesetz, das ihn steuert, nicht veränderbar ist. Deshalb ist das nicht durch Gedanken, durch Interpretation veränderbar. Folgen sind unterschiedlich. Deshalb sind wir manchmal nicht fähig, zu gucken, eine Etage tiefer. Weil wir die Natur betrachten nur an den Folgen. Wir schauen in der Medizin auf Beweise, aber wir schauen, ob etwas wirkt oder nicht. Wir schauen nicht, was ist die Funktion dahinter. Und in der Medizin ist nicht, dass das Naturgesetz, das Basisgesetz unbewusst ist, wird aber nicht berücksichtigt. Aber was nicht bekannt wird in der Medizin, ist der Aufbau des Menschen. Sein Aufbau ist nicht bekannt. Dadurch ist man völlig im Dunkeln über den Menschen. Und dasselbe passiert mit dem Geistlichen. Der Geistliche weiß nicht, wie der Mensch funktioniert. Und so geht er und versucht, sein geistliches Konstrukt irgendwo dem Menschen zu zeigen. Er hat ein Evangelium, er hat eine Lösung aufgrund von irgendwelchen Erfahrungen. Aber er basiert es nicht auf etwas Unveränderbares im Menschen. Und das ist der Aufbau des Menschen. Und das müssen wir verstehen. Wenn wir das nicht verstehen, können wir nie ein Evangelium haben, das fest ist, dass keine, keinen Schatten hat, eine Veränderung. Und jeder, der diese Dinge kennt, wird dasselbe Evangelium haben, weil es gibt kein anderes. So, diese zwei Einheiten, das Grundgesetz, der Aufbau, der die Funktion steuert, sind unveränderbar, genauso wie Gott. Deshalb können wir an der Gesetzen der Natur, an diesem festen, diesen festen zwei Elementen, sowohl Gott erkennen und die Bibel richtig interpretieren. Weil, wenn man zwei unveränderbare Dinge hat, und jetzt hat man das Wort, dann weiß man, dass das Wort nicht sich widersprechen kann mit den zwei unveränderbaren Einheiten. Und dann kann man das Wort sagen, aha, so ist es gemein, weil die zwei sind nicht veränderbar, an denen kann man nichts rütteln. Wie der Geist des Menschen aufgebaut ist, wie der Körper aufgebaut ist, wie die zusammen zu funktionieren haben, ist absolut. Niemand kann es ändern. Niemand. Ob ein Mensch Sauerstoff braucht oder nicht, das kann niemand ändern. Das kann man leicht herausfinden. Das ist das absolute System. Und daran kann man die Absolutheit Gottes sehen. Daran kann man sehen, dass Gott nicht änderbar ist. Gott sagt in der Schrift, ich bin Gott und ich ändere mich nicht. Ja, das kann ich dann glauben. Aber wenn ich es in der Natur gesetzt sehe, dass die Wirkung seines Wesens ist, dass der Ausdruck seines Wesens ist, das ist das, was er gemacht hat, dann kann ich sagen, okay, anhand der Schöpfung kann ich ganz klar erkennen, Gott ist nicht veränderbar. weil die Funktion und das Gesetz nicht veränderbar ist. Weil alles, was man machen kann, ist, man kann es kaputt machen. Und wenn es kaputt ist, funktioniert es nicht mehr richtig oder stirbt, hat gar keine Funktion mehr. So, lasst uns ein bisschen auf eine sehr einfache Art und Weise aufgrund der Technik das Verhältnis zwischen Grundgesetz zur Funktion zeigen. Mir ist es immer daran gelegen, dass wir das bildlich und übersichtlich verstehen. Weil für mich, das ist das, was mich hält, was mir in der Praxis hilft. Ich habe hier diese Technik genommen. Da sehen wir eine Struktur. Da sehen wir Zahnräder, die ineinander übergehen. Das ist aufgebaut und das funktioniert nur so, wie es aufgebaut ist. und das ist ein Bild für die Naturgesetze, das ist ein Bild für die Struktur des Menschen. Das ist vom Schöpfer, von dem, der sie zusammengebaut hat, eine festgelegte, unveränderbare Struktur. Wenn ich sie verändere, funktioniert es nicht mehr. Aber wir wissen, dass jede festgelegte Struktur Kraft braucht, Energie braucht, um zu funktionieren. Das Gesetz, das Grundgesetz der Natur, hat die Energie nicht. Aber durch dieses Gesetz steuert Gott die Funktion. Das heißt, wir müssen wissen, Gott ist die Ursache aller Dinge. Aus ihm entspringt jegliche Kraft. Er hat das Gesetz gemacht, dass es ein Kanal ist, wodurch er die festgelegte Struktur mit seiner Kraft erfüllt und zum Funktionieren bringt. Alles funktioniert nur, weil Gott ihm die Kraft gibt und er nimmt das Gesetz als Kanal, damit er die Funktion der festgelegten Struktur steuert mit seiner Kraft. Alles lebt aus Gott. das ist uns nicht bewusst, aber auch bei dem Paulus ist es ganz klar bewusst, weil Paulus redet so absolut, wie es nur kann. Er sagt, wenn es ein Gesetz gibt, das da lebendig macht, dann ist alles sinnlos. Dann muss der Christus nicht sterben. Ja, wenn es ein Gesetz gibt, worin Kraft liegt, dann ist alles umsonst. Das Gesetz hat keine Kraft. Das Gesetz wirkt nur die Kraft aus. Durch das Gesetz kommt die Kraft. Ich breche das Gesetz. Es ist nicht das Gesetz, das mir das Genick bricht, sondern die Kraft, die durch dieses Gesetz kommt. Das muss ich verstehen, weil dann, wenn wir dieses Grundgesetz verstehen, wenn wir wissen, wie etwas funktioniert, dass in einem Kanal ist doch keine Kraft, in einer Leitung, ist doch kein Strom. Und so ist auch das Gesetz. Das Gesetz ist die Leitung, wodurch die Kraft Gottes alles zum Funktionieren bringt. Das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Gott baut die Struktur, er weiß, sie kann nur funktionieren mit seiner Kraft und er baut ein Gesetz, wodurch die Kraft vorwärtsgebracht wird, damit das Ganze funktionieren kann. Einfacher kann ich es nicht erklären, aber ich hoffe, es ist verstanden worden. Jetzt schauen wir uns den Adam und die Eva an. Adam und Eva brechen das Grundgesetz der Natur. Sie nehmen nicht von Gott. Sie nehmen von der Schlange. Sie vertrauen um zu leben, um Weisheit, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, einer Information, die keine Kraft geben kann zum Leben. So, dadurch, dass sie das Gesetz brechen, trennen sie sich automatisch von der Kraftquelle, wodurch die Kraft kam, weil die Kraft kommt durchs Gesetz. Das Gesetz ist nur der Kanal, so wie wir den Strom durch eine Leitung schießen, so schießt Gott oder so wirkt Gott durch die Leitung des Gesetzes. So in dem Moment, wo ich die Leitung unterbreche, unterbreche ich die Kraft, die von Gott kommt. Damit ist die Funktion der Struktur nicht mehr möglich. Die Kraft fehlt. Und was passiert mit der Struktur? Sie hört auf zu funktionieren, sie stirbt, der Tod trifft ein. Das ist das, was bei Adam und Eva passiert ist. Und sie wären sofort gestorben. Wäre nicht der Plan der Erlösung gewesen? Wäre nicht Christus derjenige, der dazwischen trat? Und ich stelle mir das bildlich vor, so wie als Petrus in den Wellen versank und schrie, Herr, hilf mir! In dem Moment, wo Adam sündigte, stand Christus schon an seiner Stelle dort. Und die Gnade war vorhanden. Sonst wäre das ganze System für immer tot gewesen. weil getrennt von der Kraftquelle gibt es kein Leben. Wir sind nur am Leben, weil Christus dazwischen getreten ist. Deshalb existiert diese Welt noch. Und er trat dazwischen in dem Moment, wo Adam fiel. Wir werden das noch sehen, deutlich. Ich möchte hier jetzt nur schauen, das, was wir sehen. Wenn Adam jetzt gefallen ist und wir im Tod sind, was muss das Evangelium bewirken? Was ist es, dass es, was muss es tun, damit wir aus diesem Zustand rausgekommen sind? Was macht Christus? Was ist sein Leben für? Und das ist ja ganz einfach. Wir müssen ja nur den Weg zurückgehen. Der Mensch muss zunächst aus dem Tod zum Leben kommen. Dafür hat kein Gesetz keine Kraft. Aber, da ihm die Verantwortung gegeben ist, abhängig zu sein von seinem Schöpfer, und dieses Grundgesetz beweist diese Abhängigkeit, muss er das Grundgesetz wiederhalten, werden, weil dann ist er verbunden mit der Kraftquelle. Das Gesetz lässt nicht, dass man unverbunden bleibt mit der Kraftquelle, deshalb muss er das Grundgesetz der Natur wiederhalten können, somit, dass die Funktion wieder hergestellt wird und erhalten bleibt für alle Ewigkeit. Weil so wurde es konzipiert von Gott. So ist es ganz klar, was muss das Evangelium bewirken? Es muss mich von dem Tod zum Leben bringen. Es muss mich ins Gesetz stellen, der ich unter dem Gesetz bin, weil ich ein Brecher des Gesetzes bin. Das werden wir noch schauen, wenn wir uns um die Details aus dem Galaterbrief kümmern. Es muss mich in der Lage bringen, wieder mit Gott eine Verbindung zu haben. Weil ohne meine Verbindung zu Gott kann ich nicht leben. Weil Gott hat Adam und mir diese Verantwortung gegeben, dass ich die Verbindung zu Gott halte, nicht er zu mir. Ich muss zur Wasserquelle gehen, die Wasserquelle kommt nicht zu mir. Ich muss zum Baum gehen, meine Frucht holen. Der Baum wird sich nicht zu mir bewegen. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Auf der geistigen Ebene ist es identisch. Ich muss zu Gott gehen, damit ich die Kraft des Lebens hole. Und das sagt das Gesetz. Nur über Gesetz ist es möglich, weil nur das Gesetz steuert die Funktion. Deshalb ist der Galaterbrief nach der Einleitung eine Exposition der Gesetzmäßigkeit. Seine ganzen Argumente, deshalb habe ich das Rot hier gemacht, kommen, um an den Verstand zu appellieren, ihn auf etwas zu gründen, was menschlich durch Interpretation nicht veränderbar ist. Und das tut er, weil er kennt sich aus. Er hat ein Evangelium und auch seine Mitapostel, das nicht auf Interpretation gegründet ist, sondern auf feste Gesetzmäßigkeit, auf eine feste Funktion, auf eine feste Struktur. Deshalb kann er so absolut sein. Deshalb kann er sagen, mich wundert, dass ihr euch sobald abwenden lasstet von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi auf ein anderes Evangelium. So doch kein anderes ist, außer dass etliche sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel auch würde Evangelium predigen anders, denn das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir auch aber mal so jemand euch Evangelium prediget anders, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Und deshalb ist er absolut, weil es ist ein Fluch auf einem jeden, der in einer subjektiven Welt lebt, ohne ein objektives Fundament zu haben. So hat Gott die Welt nicht konzipiert. So hat Gott nicht konzipiert, dass wir denken. Unser Geist braucht eine Stütze, die er nicht verändern kann durch seine Interpretation. Das war so vom Schöpfer konzipiert. Es ist nur durch den Irrtum in unserem Herzen, durch die Sünde des Adams, sind wir alle in einer Wolke der Subjektivität und der Relativität und haben vergessen, dass in der physischen Welt zumindest und das ist auch in der geistigen, aber die physische können wir sehen, keine Relativität existiert. Es gibt nur ein Evangelium und alle, die ihren Glauben, ihren Geist auf ein Fundament legen, das unveränderbar ist wie Gott, werden die Kraft des Evangeliums erfahren, sie werden ein verändertes Leben haben und sie werden gesund sein in ihrem Körper. Die zwei gehören zusammen. Das muss das Evangelium machen. Es muss uns geistig frei machen und körperlich gesund. Aber das ist schwer verständlich und es ist aber nur deshalb schwer verständlich, weil wir nicht uns gründen auf ein absolutes Fundament. Deshalb glauben wir es nicht. Möge Gott uns helfen, zu verstehen in diesem Studium und Menschen werden, denen Gott nicht sagen muss, ihr kennt die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes, sondern dass wir sie in unserem Leben umsetzen können und erfahren können und damit ein Licht sein können für die um uns herum sind. Amen.